Ich muss erst die Tür nochmal ausprobieren. Da. Was eine distinkte Antwort, Rupert. Das ist ein interessantes theologisches Paradox, aber es ist falsch. Antwortet die Tore des Himmels. Gott hat die Schlüssel für die Türen des gesamten Universums und Kraft seiner Gnade dürfen wir sie betreten. Noch mal. Nächste Mal. Hm, korrekt. Sehr gut. Die Antwort ist die Traumenden. Die Traumenden waren, die Traumenden sind, die Traumenden sind. Die Traumenden werden. Nicht in den Spielen, in denen wir wissen, sondern in zwischen. Sie walken serene und primal. Undimensioniert und für uns nicht gesehen. Sie können uns tiefes Wissen zeigen. Die Traumenden sind, die Traumenden sind, die Traumenden sind. Die Traumenden werden sein. Nicht in den Weltträumen, die wir kennen, sondern dazwischen. Tschüss. Das weiß ich. Aber ja. Oh, oh. Wieso das? Noch irgendwas? Ach, jetzt geht's plötzlich wieder was. Hör mal auf. Naja, immerhin. Kontrollpunkt erreicht. Ich habe ein schweres Wissen, wenn es passiert ist. Gestern, ich sah eine Lichter, die durch die Schmerzen durch die Schmerzen durch die Schmerzen. Eine Schmerzen. Illumine, in der Luft. Ich habe die ganze Zeit in meinem Büchern, recherchiert. Ich habe mich verabschiedet, um zu isolieren. Ich bin nur, wie ich bin, und habe immer... ...isoliert. Isto mit dem Wissen. Er ist ein Wissen. Er ist ein Wissen, ein Wissen, um die Wissen zu beschreiben. Wissen, die niemand mehr wissen kann. Die Wissen, unverwissenen Wissen zu einer unverzüblichen Gelegenheit. Ist es eine Überraschung, dass ich mit Domestikität mit dem Wissen? Aber ich musste eine Wahl machen. Ich habe es zu tun. Ich muss es versuchen. Shane ist mein Wissen. Ja, Moment. Das ist ein Juni. Oh, die war hübsch. Zustand der Patienten ist immer noch instabil. Sie entzieht sich den akustischen Halluzinationen, indem sie sich im Keller einsperrt. Symptome waren schwach genug, um die heutige Sitzung zu ermöglichen. Offenbar hat sie sich die Haare in einem Waschtrog im Keller gewaschen. und schafft es sich in dissoziativen Phasen um Shane zu kümmern. Sie ist heute zweimal im sinnwidriges Geschwätz abgetrifftet. Sie gibt vor, sie habe angesichts des bevorstehenden Veröffentlichungen ihres Buchs viel um die Ohren. Sei deshalb nicht besorgt. Nicht meine erste derartige Patientin, aber aus irgendeinem Grund fühle ich mich in ihrem Fall überfordert. Ich überlege sie an einen Kollegen zu überweisen. Bis dahin habe ich die Dosierung erhöht. Shane macht sich unter den Oppositionsschulpsychologen offenbar gut. Ich bin sicher, er freut sich, dass er den Donnerstag Nachmittag wieder für sich hat. Das System macht mir geht's gut. Habe ich, habe ich, habe ich sonst noch was? Okay. Das ist ja wiederum sehr schön. Ja, das hatten wir schon. Das nehmen wir, es tut wieder weh. Das soll verschoben sein, ja. 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 Das ist nicht, das nehmen wir. Okay. 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 Das ist durchaus dann doch das Buch. Mhm. Mhm. Äh, es ist schon seit einigen Wochen her, seit ich an einem erfahrenen Kollegen gewiesen habe, der gibt unsere letzte Sitzung einfach nicht aus dem Kopf, obwohl ich nur wenige Notizen habe und die Details zu nehmen verschwimmen. Irgendwas nagt seitdem an meinem Unterbewusstsein eine tief empfundene Furcht, die ich nicht abstreifen kann. Ich schrecke nach wenigen Minuten auf oder finde überhaupt keinen Schlaf mehr. Ich weiß, etwas beobachtet mich. Ich sehe es aus den Augenwinkeln flackern. Es will sich in den Pausen zwischen den Sekunden. Es denkt, ich sehe es nicht, aber meine Träume werden mich verraten. Ich werde meine Praxis schließen müssen, bis ich weiß, was es will. Aha. Er hat ins Buch geschaut. Also ich muss mir das Buch noch anschauen. Dann war sie weg. Ich will sie nicht so wie er erinnern. Mhm. Wie hieß denn Grandma Death bei Donnie Darko? Das war aber eine andere, das würde passen. Das war wirklich eine, ja, eine hübsche. Na gut, dann geht es mal weiter. Das geht jetzt mal ein bisschen hin und her. Das sieht ein bisschen aus wie die Agatha-Sphären zwischen den großen Leveln. Oh. Hm. Das war. Ah, gut, dann denke ich. Gut. Okay, ich kann nicht mehr. Ah, gut. Ah, gut, ja, 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 ja.. Das ist passt. Ah, ja, 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 ja. Da sind wir in uns nicht. Wir schauen, ja, 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 ja. Verte, wir verstehen. Das ist alles nur eine unglaublichste. Bitte, ich kann euch helfen. Das ist ja ștlich, ich brauchst du dir. Ich dachte ich dich für mich. Ich dachte ich bin. Ich war ja... Ich war ja. Ich war ja. Hallo? Das ist Mami. Das solltest du doch gerafft haben. Tja. Meine Curiosität hat mich hier gebracht. Die Päten des Necronomikons, die alte Mathematik, die ich nie erlebt habe. Und einen Weg zum Traumwelt. Ich wusste nicht, dass ich einmal die Wahl gemacht habe, dass ich nie zurückkehren konnte. Die Entscheidung hat mich schon seitdem gewartet. Wartet auf dich? Hast du eine Idee, was das mit uns getan hat? Ja. 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 Ach. 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 Ich werde dir helfen, was zu tun muss. Hilf mir, Shane! Hilf mir, was in Bewegung wurde! Bitte nicht, es noch nicht verlassen! Schau dich nicht. Wir werden das lösen. Zusammen! Zusammen! Hallo? Oh, der Aufzug. Ich kann gerade nicht viel machen. Ich kann nur immer ein bisschen hin und her und hoch und runter. Jetzt kann ich wieder gehen. Und zwar zum Aufzug, natürlich. Aha. Zwei Drittel. Oh. Okay, es dauert doch noch länger. Oh, es ist sehr dunkel. Hallo? Nein? Oh, alles wieder ganz normal. Vtagen. Die Etage hieß Vtagen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin jetzt auch ein bisschen erschrocken. Shane! Shane! Declan! Sorry. Ich, äh... Ich weiß nicht, was passiert. Es gibt so viel mehr da drin, Declan. Klone, Mind-Control, Die Dreamers. Die Dreamers. Die Dreamers. Declan! Wir müssen die Gaia finden. Es ist die einzige, die sie zurückzuhren. Alles. Die Filfe, die Nightmares, meine Hallucinationen. Sie sind verbunden. Wir müssen die Engine finden. Okay, okay, okay. Shane! Wir sind in. Wir müssen hier so schnell wie möglich. Wenn ich hier bin, wir müssen sie finden. Okay, okay. Wir finden diese Maschine. Weil, so viel wie ich keine Ahnung habe, was du sprachst, macht es mehr Sinn, als was anderes heute passiert. Das haben wir doch alles schon gesehen. Wo muss ich denn hin? Alles klar. Da raus. Das ist der Ausgang. Okay. Helm ist da. Okay, jetzt ist es wieder normal. Es geht wirklich jetzt dem Ende zu. So. Was? Was war da? Achso, das stimmt. So geht das ja. Ich habe es vergessen. Eieiei, ist ja gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Und... Es ist nicht mein Bildschirm, Gott sei Dank. Hihi. Okay. Da sind sie alle. Oh mein Gott. Ich bin jetzt an der Tür gekommen. Es ist großartig. Ja. Diese Steinbegriffe müssen tausende Jahre alt sein. Die Rekorde der Excavation, die du in Argus gefunden hast. Das muss sein, der Ort. Ich habe dich in der Mitte. So. Schon 100%. Diese tollen Waffen dürfen wir nicht mitnehmen. Schade. Nein. Jetztpuh Gott. Nein. Glocke. Die Rekorde. Jetztpuh Gott. Die Rekorde. Die Rekorde. Die Rekorde. Ja. Ich bin angehender. Der Waffe, Aktien Sieg. Auch hier haben wir. Das war's. Ah, ich verstehe. Ja, nicht das, nicht das. Das passt. Das passt schon nicht mehr. Oh mein Gott, was soll denn das? Ach, warte mal, Moment, Moment. Moment. Hä? Ähm, Moment. So, das würde ja passen. Passt das alles? Da passt es, das ist richtig. Aber dann passt es ja da nicht mehr. Äh, äh. Äh. Das war falsch. Auch nicht schon wieder. So, erst das war richtig. Dann... Was ist das da, Stimme? Und zwar so. Jawohl. Äh. Erstmal noch mal schnell. Ja, ja, ja. Magnificent! Ja, es bleibt ein bisschen Sauerstoffteilen. Mhm. Das war jetzt nicht so schwer. Da denke ich manchmal doch einfach genug, um das hinzukriegen. Ich glaube, das ist wirklich die letzte Bastion. Das ist mein Last Resort. Vielleicht schaffen wir es ja heute. Äh, hier nach. Also, wenn ich mit diesem Spiel fertig bin.